Musik Guten Tag meine Damen und Herren und seien Sie erneut gegrüßt einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Was wird uns das Jahr 2022 bringen im Hinblick auf biblische Prophezeiung und natürlich auch im Hinblick auf die Folgejahre? Wir hatten in unseren Weltnachrichten vom 9. Dezember 2021 einen Artikel veröffentlicht, um den englischen Update 1000 ein wenig zu beleuchten. Und da haben wir folgendes gesagt. Seit mehr als 20 Jahren veröffentlicht die Kirche des ewigen Gottes relevante Nachrichtenartikel im Lichte der biblischen Prophetie und gibt unserer Leserschaft einen Überblick über wirklich wichtige Entwicklungen und wohin sie führen könnten. Wir haben vor dem prophetischen Auftreten einer weltweiten Diktatur gewarnt und in jüngster Zeit darauf hingewiesen, wie die weltweiten Beschränkungen und staatlichen Maßnahmen als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie den Weg für die Entstehung einer solchen Diktatur ebnen. Wir haben die Entwicklungen in Deutschland, Österreich und Europa genau beobachtet. Denn dort wird das Tier auftreten, eine charismatische Persönlichkeit, ein politischer, wirtschaftlicher und militärischer Führer in Europa. Und wir haben gesagt, das Tier wird auftreten, um die große Trübsal zu beginnen. Da er Hand in Hand mit dem falschen Propheten zusammenarbeiten wird und es eine europäische Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat geben wird, noch viel mehr als sie bereits heute existiert, haben wir uns auf die Entwicklungen konzentriert, die auf ein solches Ereignis hindeuten. Da insbesondere der Niedergang der USA und Großbritanniens und ihre feindseligen Beziehungen zu Kontinentaleuropa prophezeit wurden, konzentrierten sich unsere Nachrichtenartikel auf Ereignisse wie den Brexit. Und nebenbei gesagt, den haben wir lange vor seinem tatsächlichen Eintreten vorausgesagt. Und die Artikel konzentrierten sich in jüngster Zeit auf die wackeligen Beziehungen zwischen den USA und Europa unter Bush, Trump und jetzt Biden. In Kombination mit der katastrophalen Politik der beiden Administrationen, die den Niedergang Amerikas im Inland und international beschleunigt. Wir haben uns regelmäßig mit den Entwicklungen im Nahen Osten befasst, mit besonderem Schwerpunkt auf Israel. Denn gerade Israel wird bei der kommenden Erfüllung der Endzeit-Prophezeiungen eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus haben wir die wachsende Zusammenarbeit zwischen Russland, China und anderen fernöstlichen Nationen in Opposition zu Kontinentaleuropa beobachtet, die zu einem zukünftigen Nuklearkrieg zwischen diesen Machtblöcken führen wird. Und natürlich haben wir viel mehr noch behandelt, aber das sollte als Einleitung für heute genügen, denn ich möchte zunächst einmal auf das Jahr 2021 eingehen, einen Rückblick Ihnen geben auf das Jahr 2021. Und wir können erwarten, dass es dann im Jahre 2022 keineswegs besser wird, sondern nur noch schlimmer. Das Rutherford Institute schrieb am 27. Dezember über die Entwicklungen hauptsächlich in den USA. Aber die Bemerkungen lassen sich sehr wohl, wie wir sehen werden, zumindest im Prinzip, aber nicht nur im Prinzip, auf Europa, auf Deutschland, auf Österreich anwenden. Da heißt es, ein brodelnder Topf politischer Spannungen kochte am 6. Januar 2021 über, als Demonstranten in den USA das Kapitol stürmten, wie es so schön heißt. Innerhalb kürzester Zeit wurde die Hauptstadt militärisch abgeriegelt. Online-Foren für Meinungsäußerungen eingeschränkt. Die anschließende militärische Besetzung der Hauptstadt durch 25.000 Soldaten im Rahmen der sogenannten friedlichen Machtübergabe von einer Regierung an die nächste war kaum mehr als Kriegsrecht oder ein Kriegszustand getarnt als nationale Sicherheit. Nun, dies bezieht sich auf Amerika. Es bezieht sich nicht auf irgendwelche Diktaturen in gewissen Ländern. Da möchte ich jetzt einflechten. Wussten Sie, dass es nach wie vor die Notstandsgesetze in Deutschland gibt, die solche Maßnahmen begünstigen, rechtfertigen, möglich machen könnten, wenn man die richtigen Voraussetzungen schafft? Dieser Artikel fährt fort. An jedem beliebigen Tag wurde der durchschnittliche Amerikaner bei seinen täglichen Geschäften auf mehr als 20 verschiedene Arten überwacht, ausspioniert und verfolgt, sowohl von den Augen und Ohren der Regierung als auch von denen der Unternehmen. Als Reaktion auf die Ereignisse des 6. Januar haben die Tech-Giganten ihre eigene Version von sozialer Gerechtigkeit durch digitale Tyrannei und Unternehmenszensur durchgesetzt. Inlandsterrorismus wurde zum neuen Aushängeschild für die Ausweitung der Regierungsbefugnisse auf Kosten der bürgerlichen Freiheiten. Die Auswirkungen sind so weitreichend, dass sie fast jeden Amerikaner in Wort, Tat, Gedanken oder durch Assoziation zu einem Extremisten machen. Und ich weiß noch damals in den 60er Jahren, als es um diese Bader-Meinhof-Bande ging, wie dann Grundrechte eingeschränkt wurden. Sogar das Grundrecht der Vertraulichkeit zwischen Mandanten und Anwälten wurde eingeschränkt, wurde ausgehört. Heute geht es um sogenannte Querdenker, um solche, die sich nicht dem Schema der Regierung anpassen. Die werden auf gewisse Weise nicht mehr toleriert. Die werden sogar schon wiederum als Extremisten bezeichnet. Der Artikel fährt fort. Politische Korrektheit ist einer heimtückerischen Form des Gruppendenkens und der Pöbelherrschaft gewichen, die in Verbindung mit staatlichen und unternehmerischen Zensoren und einer Cancel-Kultur, die entschlossen ist, bestimmte Standpunkte nicht zu verletzen, nur allzu bereit ist, die Ansichten auszumatzen, die nicht konform sind. Und das erleben wir heute in Deutschland, in Österreich immer und immer wieder. Es geht hier nicht nur um Amerika. Auch die kritische Rassentheorie rückte in den Vordergrund des Kulturkampfes. Regierungsbeamte verletzten routinemäßig den vierten Verfassungszusatz nach Belieben, indem sie unter dem Vorwand der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit in Wohnungen eindrangen. Und das geschah auch in Deutschland, wie wir wissen, wo auf einmal dann die Belange von Richtern untersucht wurden, weil die eine Entscheidung getroffen haben, die dem, was die Regierung so wollte, nicht genehm war. Im Faltenkreuz eines Kräftemessens zwischen den Rechten des Einzelnen und dem sogenannten Notstandsstaat, aha, da haben wir es wieder, Notstandsgesetze, wurden die Bedenken über Covid-19-Mandate und die körperliche Unversehrtheit Teil einer viel größeren Debatte über den andauernden Machtkampf zwischen den Bürgern und der Regierung über unser Eigentumsinteresse an unserem Körper. Das hatten wir mal. Jetzt würde uns gesagt, wir haben das nicht mehr. Wir dürfen nicht mehr darüber bestimmen, was wir mit unserem Körper, unserem Leib tun. Nun, wenn es um die Abtreibung geht, oh, da hat die Frau das Recht auf ihren Körper. Aber jetzt hier, wenn es um die Mandate geht, darum, dass man sich impfen lassen soll oder muss, da ist auf einmal eine solche Freiheit nicht mehr vorhanden. Der Artikel führt fort. Diese Debatte über die körperliche Unversehrtheit umfasste ein weites Feld, das von Abtreibung und Zwangsimpfungen bis hin zu biometrischer Überwachung und medizinischer Grundversorgung reichte. Was als offensichtlicher Versuch begann, ein neuartiges Coronavirus daran zu hindern, die Nation und die Welt krank zu machen, wurde zu einem weiteren Mittel, mit dem die Regierungen der Welt einschließlich unserer eigenen, schreibt hier der Artikel, ich möchte hinzufügen, einschließlich der Regierung in Deutschland, in Österreich, in anderen europäischen Staaten, mit anderen Worten, das wurde zu einem weiteren Mittel, mit dem die Regierungen der Welt ihre Macht ausweiteten. auf eine unglaublich, ich möchte sagen fast, eine Weise, die sie seinesgleichen sucht, jedenfalls nicht mehr seit dem Zweiten Weltkrieg so geschehen ist. Das heißt, ihre Autorität wurde missbraucht und ihre Wähler wurden weiter unterdrückt. Und dann heißt es, jede Krise, ob künstlich herbeigeführt oder nicht, ist seit den Anfängen der Nationen zu einer willkommenen Gelegenheit für die Regierung geworden, ihre Reichweite und ihre Macht auf Kosten der Steuerzahler auszuweiten und gleichzeitig unsere Freiheiten auf Schritt und Tritt einzuschränken. In diesem Jahr gab es zwar einen neuen Mann, die Rede ist von Joe Biden, an der Spitze, aber im Großen und Ganzen hat sich nichts geändert. Die Nation ist weiterhin politisch polarisiert, wird von Kräften kontrolliert, die sich dem Zugriff oder der Einflussnahme des Durchschnittsamerikaners entziehen und entfernt sich rasch von ihrer freiheitlichen Grundlage. Keine Frage, dass dies auf Europa zutrifft. Ob wir hier von Deutschland reden, von Österreich, von Frankreich, von einigen anderen Ländern, Spanien, nicht auszuschließen, genau das geschieht. Genau das ist geschehen in 2021. Was hier zusammengefasst wurde, zeigt überzeugend und akkurat den Niedergang der Demokratie, der Freiheit, der Freiheitsrechte. Das ist das, worauf ich mich heute hauptsächlich beziehen möchte. Der Niedergang der Demokratie und der Freiheit. Jetzt gibt es einen Artikel, den Breitbart am 24. Dezember veröffentlicht hat, der sich auf die Ereignisse in 2022 konzentriert. Und auch hier wird gezeigt, wie die Demokratie in weltweiter Gefahr ist. Und ich meine weltweiter Gefahr. Ich rede ja nicht nur von schon Diktaturen, die man ohne weiteres kennt, sondern ich spreche von der sogenannten freien Welt, die so frei in keinster Weise mehr ist. Da heißt es in diesem Artikel, einige der freien Nationen der Welt werden das Jahr 2022 unter der unmittelbaren Bedrohung der Eroberung durch autoritäre Kräfte begrüßen. Entweder durch eine militärische Invasion oder einen Umsturz von innen. Das bekannteste Beispiel ist Taiwan. Ein Vorposten der marktwirtschaftlichen Demokratie, der ständig von der Eroberung durch die Tyrannen Chinas bedroht ist. Letzte Woche erklärte das taiwanesische Verteidigungsministerium, es befürchtet, dass China groß angelegte Militärübungen in der Nähe Taiwans in einem umfassenden Überraschungsangriff verwandeln könnte, wobei es gleichzeitig Seestreitkräfte einsetze, um Verbündete wie die Vereinigten Staaten und Japan davon abzuhalten, Taiwan zur Hilfe zu kommen. Chinesische Beamte und staatliche Medien drohen zunehmend aggressiv mit Angriffen auf jedes Militär. Das versucht Taiwan zu verteidigen, einschließlich des US-Militärs. Die Eroberung Taiwans könnte für die chinesische Führung als ein mutiger Schritt erscheinen, jetzt achten Sie genau auf, was gesagt wird hier, der die Glaubwürdigkeit der Vereinigten Staaten und Europas zerstören und andere asiatische Mächte in der Nachbarschaft und Einflussnahme Chinas schrecken würde, weil sie sich nicht mehr länger auf westliche Sicherheitsgarantien verlassen können. Der Tod der Demokratie in Taiwan könnte ihr überleben in Südkorea, Japan, auf den Philippinen und anderswo bedrohen. In der Tat, die Bibel spricht von den Königen des Ostens, einer militärischen Kollaboration unter fernöstlichen Staaten, inklusive Russland, inklusive China, inklusive Japan, scheinbar inklusive auch die Philippinen und Korea, Südkorea, Nordkorea, alle die könnten damit zusammenhängen, die sich dann gegen Europa wenden werden, wie uns die Bibel deutlich zeigt. Der Artikel fährt fort. Andererseits ist es denkbar, dass die Demokratie in Taiwan auch ohne eine militärische Invasion gestürzt wird. China hat erhebliche Anstrengungen unternommen, um die taiwanesische Demokratie zu untergraben und die Peking-freundlichen Oppositionsparteien zu stärken. Also hier ein Umsturz von innen. Dann fährt der Artikel fort, zu sagen, natürlich auch die Ukraine lebt unter der Bedrohung einer Invasion durch die autoritären Machthaber von nebenan. Darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Die unnachgiebige russische Propaganda stellt die ukrainische Regierung als unrechtmäßige Marionette ausländischer Interessen dar. In Südamerika gibt es beunruhigende Anzeichen dafür, dass antidemokratische linke Diktaturen auf dem Vormarsch sind. Autoritäre Mächte wie China und der Iran verstärken ihren Einfluss in Lateinamerika und stellen sowohl eine strategische Herausforderung für die USA als auch eine ideologische Bedrohung für die Demokratie dar. Die Demokratie in anderen Teilen der sich entwickelnden Welt ist durch eine Reihe von Militärputschen bedroht. Das schrecklichste Beispiel ist offensichtlich Afghanistan, wo der Taliban aufstand, die gewählte Zivilregierung innerhalb weniger Tage hinwegfegte, während die Regierung Biden einen katastrophalen Abzug der amerikanischen Truppen durchführte. Dank Bidens rücksichtslosem Rückzug von amerikanischer Militärausrüstung und Waffen sind die Taliban heute, wussten sie das, die am besten bewaffnete Militärregierung der Welt und verfügen über jede Menge Munition, die sie an andere antidemokratische Kräfte verkaufen können. In Myanmar, was jetzt wieder in den Schlagzeilen ist und im Sudan ergriffen Militäradministrationen die Macht. Libyen, Libyen, das von Bidens demokratischem Vorgänger Barack Obama und seiner Außenministerin Hillary Clinton in ein grausames Ödland voller Warlords und Dschihadisten verwandelt wurde, kämpft immer noch darum, eine landesweite demokratische Wahl abzuhalten. Zehn Jahre nach Obamas Invasion steht Libyen immer noch am Rande des völligen Zerfalls oder des Übergangs zu einer Militärdiktatur. Das waren so die Früchte der Invasion von Amerika in Libyen. Hat nichts als Chaos und Verzweiflung gebracht. Der Artikel schließt mit folgenden Worten. Das Jahr 2022 wird mit einer gefährdeten Demokratie beginnen und natürlich wird diese Demokratie weiter und weiter gefährdet sein. Wie ich anfangs bereits gesagt habe, die Demokratie wird ganz besonders gefährdet durch Corona-Restriktionen. Und Robert F. Kennedy Jr. zitierte laut JTA vom 24. Januar Anne Frank, als er die Covid-19-Impfvorschriften mit dem Holocaust verglich und sagte, niemand von uns kann sich heute verstecken, wie es die jüdische Tagebuchschreiberin während des Zweiten Weltkriegs konnte. Selbst in Hitler-Deutschland konnte man über die Alpen in die Schweiz gehen und sich auf dem Dachboden verstecken, wie Anne Frank es tat, sagte Kennedy am Sonntag auf einer Kundgebung gegen Impfvorschriften auf der National Mall in Washington, D.C. Heute werden die Mechanismen in Gang gesetzt, die dafür sorgen, dass niemand von uns fliehen oder sich verstecken kann. Nun, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das Musical Sound of Music kennen oder auch die Filme über die Trab-Familie, die dann in Deutschland hergestellt wurden, aber es geht auch darum, dass hier eine österreichische Familie dann aus Österreich vor dem Naziregime nach der Schweiz fliehen konnte und von da aus dann nach Amerika ging. Da wir von Österreich sprechen, das war damals noch möglich, nicht wahr? Aber in Österreich herrscht natürlich auch wiederum, ich möchte sagen, Diktatur. Herbert Kickl von der FPÖ hielt während einer Parlamentsdebatte Ende Januar im Hinblick auf die Impfpflicht eine, wie ich sagen möchte, ausgezeichnete Rede, in der er die vielen Lügen der österreichischen Politiker und den Marsch in Richtung Totalismus in Österreich aufzeigte. Aber seine Warnungen stießen größtenteils auf taube Ohren, wie das schon damals der Fall war, als Österreich kurz davor war, Hitler zu folgen. Natürlich hat nur das Parlament die Impfpflicht verabschiedet. Es ist erstaunlich und es ist zutiefst beunruhigend, dass der österreichische Bundeskanzler, der gegenwärtige österreichische Bundeskanzler, totalitäre Maßnahmen, welche die Menschen ihrer Freiheit berauben, als den Weg zu einer dauerhaften und kontinuierlichen Freiheit gezeichnet hat, wie er dies tat. Und dann wurde, wie gesagt, die Impfpflicht verabschiedet. Und so sehen wir, dass Diktaturen zunehmen werden. Es wird mehr und mehr Kriege geben. Es wird mehr und mehr Kriegsgerüchte geben. Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben an verschiedenen Orten. Und dies zeigt den Anfang der Wehen an. Ich möchte hier kurz einmal Matthäus 24 aufschlagen, an der Stelle, die wir uns alle natürlich sehr gut, die wir sehr gut kennen. Aber es ist gut, noch einmal zu lesen, was hier gesagt wird im Hinblick auf was geschehen wird, was weiter noch geschehen wird. Matthäus 24, angefangen in Vers 6. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Sehe zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben, Bürgerkriege, ein Königreich gegen das andere, größere Kriege inklusive Weltkriege, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Nein, die Lutherbibel 2009 und auch die Eberfelderbibel ergänzen hier Seuchen. Also es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben hier und dort. Und wenn Sie nachher Lukas Kapitel 21 Vers 11 aufschlagen, dann werden Sie auch dort das Wort Seuchen finden. Man könnte auch sagen Pandemien. Vers 8. Das alles aber ist der Anfang der Wehen und dann fährt Christus fort von der kommenden großen Trübsal zu sprechen. Der Anfang der Wehen. Nun, die Wehen, Sie wissen ja, was damit gemeint ist. Wenn eine Frau in Wehen ist, dann bedeutet das, dass das bald darauf das Kind geboren wird. Aber zuvor wird es zu einer weltweiten Diktatur kommen. Die Demokratie wird nach wie vor keine Rolle mehr spielen. in vielen Ländern. Ich möchte jetzt hier mal auf Kanada eingehen. Eine interessante Entwicklung findet dort statt und es geht mir hier um den sogenannten kanadischen Freiheitskonvoi. Es geht mir aber auch um die Propaganda. Die Propaganda der Regierung, die Propaganda der Massenmedien, die sich gegen diesen Freiheitskonvoi auf die erbärmlichste Weise gestellt haben. Der Guardian schrieb am 28. Januar zunächst einmal, dass Anfang dieses Monats Kanada damit begonnen hat, von allen Truckern, also LKW-Fahrern, die aus den USA kommen, eine vollständige Impfung gegen das Coronavirus zu verlangen. Diejenigen, die nicht geimpft sind, sind verpflichtet, 14 Tage lang in Quarantäne zu bleiben. Ein Konvoi von Lastwagenfahrern und ihren Anhängern soll sich in der kanadischen Hauptstadt zusammenfinden, das ist bereits jetzt ja geschehen, um gegen die Impfpflicht zu protestieren und die Abschaffung aller Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu fordern. Und die USA haben ähnliche Anforderungen für LKW-Fahrer, die von zum Beispiel Kanada in die USA einreisen, die müssen auch alle geimpft sein, also beide Länder sind hier betroffen. Breitbart schrieb am 27. Januar, der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat den Konvoi der Trucker, die gegen die Impfpflicht sind, als Randgruppe und als Gruppe mit inakzeptablen Ansichten bezeichnet. Inakzeptablen Ansichten. Aber es kommt noch schlimmer. Die Kommentare vom Mittwoch kommen, nachdem kanadische Mainstream-Medien viele der Teilnehmer des LKW-Konvois in Verbindung zu rechtsextremen Gruppen dargestellt haben. Erinnert das uns ein wenig so an die Berichterstattung in Deutschland, wenn es um Demonstrationen geht gegen Coronavirus-Destriktionen. Der Artikel fährt fort. Die Anschuldigungen sind nicht das erste Mal, dass kanadische Politiker oder Medien diejenigen, die gegen die Abriegelung oder die Impfpolitik sind, mit weißen Nationalisten oder Rechtsextremisten gleichsetzen. Letztes Jahr im März behauptete der ehemalige Bürgermeister von Calgary, dass Demonstranten, die gegen Masken und Absperrungen sind, Extremisten sein. Und sie wird von einer Pandemie der Ungeimpften immer und immer wieder gesprochen. Ich frage mich allerdings, wer die Extremisten hier sind. Laut Fox News vom 28. Januar ist der Konvoi der Trucker 70 Kilometer oder 43,5 Meilen lang. Die Proteste finden jetzt in ganz Kanada statt, nicht nur in Ottawa. Und wenn ganze Familien bei minus 20 bis minus 30 Grad Celsius draußen stundenlang protestieren mit Kindern, dann fragt man sich wirklich, sind das jetzt die Extremisten? Offensichtlich ist ihnen die Sache sehr ernst. Die Daily Mail schrieb am 30. Januar, der kanadische Premierminister Justin Trudeau und seine Familie haben ihr Haus in der Hauptstadt Ottawa verlassen, um sich an einen geheimen Ort zu begeben, während sich bis zu 50.000 Trucker versammeln, um gegen das Impfmandat des Landes und die Covid-Abriegelungen zu protestieren. Trudeau sagte am Freitag, dass die Ansichten der Trucker, die er als wissenschaftsfeindlich, regierungsfeindlich und gesellschaftsfeindlich bezeichnete, nicht nur für sie selbst, sondern auch für andere Kanadier ein Risiko darstellen. Aber es gab trotz Sicherheitsbedenken keinerlei Zwischenfälle bei der Kundgebung. Lelon Mosk twitterte Lob für die Trucker und sagte, wenn man den Menschen genug Angst macht, dann werden sie die Beseitigung der Freiheit einfordern. Schauen Sie, genau das geschieht zurzeit, auch in Deutschland, auch in Österreich, gerade in diesen Ländern. Dies ist der Weg zur Tyrannei, fährt er fort. Zuvor hatte er getwittert, dass kanadische Trucker herrsche. Mit allen Worten, man sollte schon ein bisschen auf die achten, was die davon sich geben. Der Ticke sagt dann, wir wissen, dass der Weg durch diese Pandemie darin besteht, dass sich alle Menschen impfen lassen, sagte Trudeau. Er sagte auch heute, ein Kanadier ist nur jemand, der sich impfen lässt. Wir wissen das. Ja, wer ist wir? Wer weiß das? Die sogenannten medizinischen Experten, die heute Hü sagen und morgen Hot. Breitbart schrieb am 29. Januar. Der frühe US-Präsident Donald Trump lobte am Samstag den Freiheitskonvoi der kanadischen Trucker. Die kanadischen Trucker, die sich tapfer gegen diese gesetzlosen Vorschriften wehren, tun weitaus mehr für die Verteidigung der amerikanischen Freiheit als unsere eigenen Politiker, sagte er vor einer Menschenmenge in Texas. Und nach Schätzungen waren da 80.000 Menschen anwesend, um Trump zu hören. Er machte deutlich, dass er die Bewegung des Konvois unterstützt, indem er sagte, und wir wollen, dass diese großartigen kanadischen Trucker wissen, dass wir sie auf ihrem Weg begleiten. Nun, welchen Einfluss die demonstrierenden Trucker oder Lkw-Fahrer auf die kanadische Regierung und selbst auch viele Kanadier haben werden, drakonische Beschränkungen befürworten, wie das auch in Deutschland vielfach der Fall ist, wo die Masse der Deutschen für diese Restriktionen sind. Oder auch in Österreich. Das bleibt natürlich abzuwarten, das ist unklar. Aber nach einer Umfrage, die gerade jetzt veröffentlicht wurde, haben sich nun die Majorität der Kanadier dafür ausgesprochen, die Restriktionen abzuschaffen. Das ist bedeutungsvoll, denn zuvor war die Majorität der Kanadier dafür, die Restriktionen nicht nur beizubehalten, sondern auch zu verstärken, wie das auch in Deutschland scheinbar noch immer der Fall ist. Fox News schrieb am 31. Januar, Kritiker bezeichneten Trudeau als Feigling, weil er aus seinem Wohnsitz in der Hauptstadt des Landes Ottawa geflohen ist, als ein massiver Protest gegen das Impfmandat in der Stadt erfolgte. Was für ein kompletter Feigling, er will sich nicht einmal den Bürgern stellen, die er diskriminiert hat, twitterte Lisa Booth, Mitarbeiterin von Fox News. Kritiker sowohl in den USA als auch in Kanada beschimpften und verspotteten den Premierminister als feige, weil er von den Demonstranten geflohen sei, anstatt ihre Bedenken hinsichtlich der Gesundheitsfreiheit auszusprechen. Natürlich gab es gelegentlich Vorfälle, bei denen Denkmäler verunstaltet wurden, die nun von der Regierung genutzt werden, um die Tracker anzugreifen und sogar strafrechtliche Ermittlungen einzuleiten. Nun, aller Wahrscheinlichkeit nach wurden diese Vorfälle noch nicht nochmal von einem Tracker begangen, sondern von Elementen, die immer bei friedlichen Demonstrationen auftauchen, um ihre abscheulichen Taten zu begehen. Und das gleiche gilt natürlich auch für Demonstrationen in Deutschland, in Österreich, in Belgien, in Niederlande und so weiter und so fort. Da gibt es immer diese wirklich schäbigen Extremisten, die die Gewalt anwenden wollen, aber nicht weil es um ihnen um die Sache geht, sondern eben halt nur um Gewalt anwenden zu wollen. Aber das kann immer sehr schön dann auch zum Vorwand genommen werden, um alle Demonstrationen zu verbieten. Zero Hatch schrieb am 31. Januar. Der kanadische Premierminister wurde nach Heuchelei beschuldigt, als er Ende letzter Woche plötzlich nirgendwo zu finden war, als ein Konvoi von Truckern in Ottawa einrollte, um gegen die Covid-Mandate um die Regierung zu protestieren. Viele spotteten. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hatte sich in seiner Fähigkeit gesonnt, die Bevölkerung im Namen der Bekämpfung eines Virus terrorisieren. Aber interessant ist nur, dass er sich in jetziger Weise nicht mehr bemerkbar machte, der ist so in einen Bunker dann scheinbar untergetaucht und twittert da jetzt laufend von seinem Bunker her. Aber es heißt hier noch in dieser Zero Hatch Ausgabe, um die Sache für den Premierminister noch schlimmer zu machen, berichteten kanadische Medien am Montagmorgen, dass bei Trudeau Covid diagnostiziert wurde, obwohl er Anfang dieses Monats am 4. Januar eine Auffrischungsdosis erhalten hat. Mit anderen Worten, er hatte sich total geimpfen lassen und hat auch noch diese Auffrischungsdosis erhalten und dann fragt der Artikel in berechtigter Weise, ist es möglich, sich mit Covid zu infizieren, während man geboostet wird und sich versteckt? Oder ist Trudeau wirklich ein Covart 19 erkrankt? Mit anderen Worten, Cowart, eine Anspielung auf Covid, C-O-V-I-D, aber im Englischen Cowart C-O-V-A-R-D, in der Worten Feigling, ist hier die Bezeichnung. Ich fand den folgenden Artikel von Dr. Ron Paul vom 31. Januar sehr bezeichnend, sehr wichtig. Er schrieb hier folgendes, Wir alle erinnern uns, wo wir waren, als die Berliner Mauer fiel. Auch wenn es so aussah, als würde die kommunistische Herrschaft ewig weitergehen, als die Menschen entschieden, dass sie genug hatten, fiel plötzlich die Mauer. Genauso. So ist es nach zwei Jahren Covid-Ototourismus, dass in Kanada der größte Lastwagenkonvoi der Geschichte, die Berliner Mauer, der Tyrannei, durchbrochen hat. Ich habe miterlebt, wie Kanada sich in eines der repressivsten Länder der Erde verwandelt hat. Als die kanadischen Trucker sich seiner Tyrannei entgegenstellten und ihren historischen Konvoi nach Ottawa begannen, dachte Trudeau, er könne die Leute weiter verspotten. Weniger als eine Woche später, als Zehntausende von Lastwagen mit Millionen von Unterstützern hinter ihnen in die Hauptstadt einfuhren, war der tapfer kanadische Premierminister aus der Stadt geflohen und in einen unbekannten Ort geschlurft. Die kanadischen Mainstream-Menien sind dem Regime offensichtlich genauso gehorsam wie unsere. Er spricht hier von Amerika, ich kann hier Deutschland, Österreich hinzusetzen. Sie ignorierten den Frieden-Konvoi so lange wie möglich. Es gab fast keine Berichterstattung. Dann, als es unmöglich wurde, ihn zu ignorieren, begannen sie anzugreifen und sich darüber lustig zu machen, anstatt zu versuchen, akkurate Berichte zu geben. Es war ekelhaft und fast komisch zu sehen, wie ein Reporter der Canadian Broadcasting Corporation behauptete, der Canadian Freedom-Konvoi sei von Putin und den Russen erfunden worden. Dieser Protest ist so wichtig, weil er nicht auf Kanada beschränkt ist. Die Trucker werden weltweit unterstützt und ein ähnlicher Konvoi ist von Kalifornien nach Washington geplant. In den USA, in denen die Regale von Lebensmittelgeschäften immer leerer werden, haben die Trucker mehr Einfluss, als die Mächtigen zugeben möchten. Und dann berichtet auch die Daily Mail, dass in Australien ein Konvoi zusammengestellt wird. Mittlerweile befindet sie sich auf dem Weg nach Canberri und der ist so mehrere Kilometer lang. Jetzt wird es sehr wichtig, was Dr. Paul hier sagt. Wenn ich Premierminister des totalitären Australiens oder Neuseelands wäre oder fast überall in Europa, würde ich jetzt ziemlich nervös werden. So wie die Covid-Tyrannei scheinbar koordiniert über den Globus hereinbrach, ist sie jetzt, da die Berliner Mauer der Tyrannen durchbrochen wird, nur eine Frage der Zeit, bis die Schockwellen weit und breit zu spüren sind. Nun, wir wollen hoffen, dass er Recht hat. Wir wissen, dass die Berliner Mauer fiel aufgrund biblischer Prophezeiung. Sie musste fallen, weil sich Deutschland vereinigen musste, weil Deutschland die Herrschaft über Europa übernehmen wird, was eben auch prophezeit ist. Wir wissen nicht unbedingt, wie es mit Covid weiter geht, denn die Propaganda des Terrorismus im Hinblick auf Impfzwang und andere autoritäre Maßnahmen nimmt mehr und mehr zu. Und die gedankenlose und manipulierte Anhängerschaft begreift vielfach nicht, worum es geht und begrüßt diese Maßnahmen. Wir haben den folgenden Bericht von einem unserer kanadischen Mitglieder erhalten, wo es heißt, die Dinge, die in unserer Hauptstadt passieren, sind hier in aller Munde. Ein ganz besonderes Ereignis, das die Hauptmedien im Grunde ausgeblendet haben oder wenn sie etwas sagen, dann picken sie winzige Details heraus. Aber es gab keine Gewalt, keine Verhaftungen, obwohl die Medien und Politiker die Demonstrationen als Extremisten bezeichneten. Viele Pastöre bei einem Open-Air-Gottesdienst auf dem Parliament Hill forderten unseren Premierminister Mr. Trudeau und die Regierung auf, Gottes Wort in das Parlament und in die Schulen zurückzubringen. Eine gute Aufforderung, die gilt aber auch auf Deutschland bezogen. Deutschland sollte sich alles das sehr zu Herzen nehmen, auch die Tatsache, dass vielleicht die Regierenden ein wenig jetzt in Panik geraten könnten, denn die Opposition zu diesen Maßnahmen nimmt zu. Sie nimmt zu. Schauen Sie, wenn es um die Tatsache geht, dass man Gott zurück in die Schulen bringen sollte. Das gilt ganz besonders für Deutschland. Ganz besonders für Deutschland. Ich spreche aber jetzt nicht von Religionsunterricht der katholischen und der evangelischen Kirche, wo nicht der wahre Gott und die Bibel und die wahre Lehre gepredigt wird. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich damals den Religionsunterricht der evangelischen Kirche mitmachen musste. Ich hatte damals ja mit der wahren Kirche Gottes nichts, hatte ich nichts davon gewusst. Ich kann mich noch sehr erinnern, wie der Pastor damals sagte, ja, die Flut hat es also nicht gegeben. Und das einzige Wunder, was da berichtet wird, ist die Tatsache, dass Gott bereut hat. Und ein anderer Pastor sprach von dem lieben Gott als einer Märchenfigur und so weiter und so fort. Ich habe dann einen Vortrag einmal geben müssen über die Evolutionslehre. Da hatte ich schon indirekten Kontakt mit der Kirche des wahren Gottes. Mit anderen Worten, damals sieht es noch nicht die Kirche des ewigen Gottes, weil ich nämlich die Literatur schon las. Und ich sprach dann gegen die Evolutionslehre. Nun, Sie können sich vorstellen, was das für eine Reaktion hervorgebracht hat. Um auf Corona zurückzukommen. Wir wissen natürlich nicht, ob es in Deutschland oder Österreich zu einem zeitweiligen Abbau der totalitären Maßnahmen in 2022 kommen wird. Es mag zweifelhaft sein, aber man kann sicherlich dafür beten. Man kann dafür beten, dass Gott sich der Sache annimmt, dass er vielleicht ein wenig Vernunft den Regierenden gibt oder aber die unvernünftigen Regierenden mit vernünftigeren ersetzt. Das gilt auch auf Länderseite bezogen. Zurzeit sieht es so aus, dass Regierungsrepräsentanten, Schulen und Gerichte auf ganz systematische Weise wahre Christen verfolgen. In Deutschland. Es geht mir darum, dass es nicht mehr erlaubt ist, Gott auf die biblische Weise anzubeten. Es geht mir darum, deutlich zu machen, Ihnen heute, dass zum Beispiel unsere Kinder die größten Schwierigkeiten haben, während des biblisch befohlenen Laupüttenfestes frei zu bekommen von Schulen. Und wenn dann die Kinder zu den Festen gehen, bekommen die Eltern Bußgeldbescheide. Das ist eine absolute Verunglimpfung und Verspottung von Gott. Es gab einmal eine Zeit in Deutschland, wo unsere Kinder die Freiheit genießen durften, am Laupüttenfest teilzunehmen. Sie hatten die Genehmigungen erhalten. Heute ist das alles umgekehrt worden. Ich sage Ihnen eines, diese Menschen, die dahinter stecken, ob es jetzt die Schulen sind, ob es jetzt die Regierungsrepräsentanten sind, ob es jetzt die Gerichte sind, die werden sich alle vor Gott verantworten müssen. Für die Tatsache, dass sie nicht nur verhindern, dass Gott auf richtige Weise in Deutschland angebildet werden kann, sondern die auch sogar noch die verfolgen, die es tun. Wir wissen natürlich, dass letztendlich Deutschland und Europa zu einer unglaublich brutalen Diktatur werden. Der Guardian schrieb am 24. Dezember, dass der Vorsitzende der polnischen Regierungspartei sagte, Deutschland versuche, die EU in ein föderales deutsches Viertes Reich zu verwandeln. Die EU erklärte diese Woche, sie werde rechtliche Schritte gegen Polen einleiten, weil es EU-Recht ignoriere und die Unabhängigkeit der Justiz untergrabe. Und dann heißt es in dem Artikel, dass während eines Besuches des neuen deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz in Warschau in diesem Monat der polnische Ministerpräsident sagte, die Unterstützung der derzeitigen Berliner Regierung für die EU und den EU- Föderalismus sei utopisch und daher gefährlich. Welche Ausdrucksweise man auch immer benutzen will, die aktuellen Entwicklungen und die biblische Prophezeiung zeigen uns, dass Deutschland und ein Führer deutscher oder österreichischer Abstammung tatsächlich einem Vereinigten Europa unter zehn Nationen oder Nationengruppen vorstehen werden. Und dieser entstehende Machtblock wird keineswegs demokratisch und freiheitsliebend sein. Was wir zurzeit sehen, wie die Demokratie unterhüllt wird in verschiedenen Ländern, ist ein Vorgeschmack, eine Vorbereitung auf das, was kommen wird. Und das Paradoxe ist, dass natürlich Polen aller Wahrscheinlichkeit nach Teil dieser autoritären und diktatorischen Tiermacht sein wird. Schauen wir uns einmal Offenbarung Kapitel 13 an und Vers 8, wo etwas sehr Interessantes gesagt wird. Es geht hier um das ehemalige römische Reich und seine zehn Auferstehungen oder Wiederbelebungen in Europa. Und wir sehen der letzten, der zehnten Wiederauferstehung entgegen. Die wird zurzeit in Europa eingeleitet. Und da lesen wir Folgendes in Offenbarung 13 und Vers 8. Und alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten. Man könnte jetzt sagen, es müsste doch heißen, werden es anbeten, das Tier. Es ist nämlich die Rede von dem Tier. Diese römische Macht wird als ein Tier bezeichnet. Aber der letzte Führer dieser europäischen Macht wird ebenfalls als das Tier bezeichnet. Aber diese Führerpersönlichkeit wird ein Mann sein. Und alle, die auf Erden wohnen, werden ihn, dieses Tier, diese männliche Persönlichkeit, anbeten. Alle, deren Namen nicht von Anfang der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Also nur diejenigen, die auserwählt sind, nur diejenigen werden erkennen, was es mit dem Tier und dieser Tier macht. Und natürlich auch mit dem Abschaffen der Demokratie und dem Totalitarismus, der in der ganzen Welt dann entstehen wird, was es damit auf sich hat. Express schrieb am 29. Januar über das Verhältnis zwischen Deutschland und die Ukraine. Auch das ist jetzt wichtig zu begreifen, denn die Bibel sagt uns sehr deutlich, was mit der Ukraine geschehen wird. Und die meisten haben heute in keinster Weise irgendeine Ahnung, was die Bibel dazu sagt. Express schrieb folgendes. Die wachsenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine haben eine 80-prozentige Chance, bis Ende Februar in einen ausgewachsenen Konflikt auszubrechen, warnte der frühere US-Armee-Chef Ben Hodges. Das Einzige, was dies verhindern kann, ist, dass Deutschland und das übrige Europa sich zu 100 Prozent gegen das russische Vorgehen wehren. Deutschland ist der Schlüssel, sagt er. Und er deutet auch an, dass Vladimir Putin bis möglicherweise Ende Februar warten könnte, weil er will die Olympischen Spiele in Peking gar jetzt nicht unterbrechen. Und das heißt auch, dass er damals im Jahre 2014 bis zum Ende der Olympischen Spiele gewartet hat, bevor er in die Ukraine einmarschierte. Nun, wenn Deutschland der Schlüssel ist, dann ist Ukraine gefallen. Dann ist Ukraine dem Untergang geweiht. Und genau das ist auch prophezeit. Vorkurz schrieb am 29. Januar. Die westliche Welt stellt sich hinter die Ukraine, nicht ganz so richtig, bis auf die Deutschen. Die verunglückte Lieferung von 5000 Stahlhelm, davon haben sie ja offensichtlich gehört, sorgte nicht nur für Witze in den US-Medien, sondern lassen die Amerikaner auch an den außenpolitischen Fähigkeiten der Bundesregierung zweifeln. Aber nicht nur die Amerikaner zweifeln daran. Ist Deutschland ein zuverlässiger US-Partner? Bereits in seiner Schlagzeile beantwortete das Wall Street Journal die Frage mit einem klaren Nein. Und mit dieser Meinung besteht die konservative Tageszeitung keineswegs alleine da. Links wie rechts gerichtete US-Medien scheinen sich derzeit einig. Amerikanische Pressestimmen reagieren voll erstaunend und teilweise fassungslos angesichts der zögerlichen Haltung Deutschlands zur Ukraine-Krise. Offene Kritik an der Bundesregierung wird immer lauter. Ein heilloses Durcheinander nennt man in der New York Times Olaf Scholz-Haltung zur Ukraine. Auch für Bloomberg News gilt der deutsche Kanzler als schwächstes Glied in der Ukraine-Krise. Berlin stellt Russlands Interessen vor die des Westens, heißt es im Wall Street Journal. Billiges Erdgeist und die Besänftigung Putins sei den Deutschen wichtiger als ihre Solidarität mit verbündeten Demokraten. Dass Präsident Joe Biden Deutschland nach wie vor Amerikas wichtigsten Verbündeten nennt, sei kaum noch nachvollziehbar. Von einem unglaubwürdigen Partner ist die Rede oder von einem glaubwürdigen Partner könne keine Rede mehr sein. Die Deutschen als zuverlässiger Verbündete dieses Bildfall immer schwerer, resümiert man bei der NBC und rätselt, ob Deutschlands Schwerpunkt auf seine Beziehungen zu Amerika und Europa liegt oder auf denen zu Russland. Und auch Bild online hat dann am 29. Januar folgendes geschrieben. Ex-Kanzler und Putin-Freund Gerhard Schröder kennt offenbar gar keine Hemmungen mehr, wenn es darum geht, die Fakten in der Ukraine-Krise zu verdrehen. Während die Welt angsterfüllt auf die rund 130.000 russischen Soldaten blickt, die jederzeit in die Ukraine einmarschieren können, wirft Schröder der Ukraine vor, sie selbst schüre den Konflikt, provoziere Putins Rache. Ich hoffe sehr, dass man endlich auch das Säbelrasseln in der Ukraine wirklich einstellt, sagte er. Was ich dort vernehmen muss, auch an Schuldzuweisungen an Deutschland wegen der ja vernünftigen Absage an Waffenlieferungen, das schlägt manchmal doch dem Fass den Boden aus. So, schreibt die Zeitung, kann wohl nur einer reden, der als Top-Manager der Staatskonzerne Nord Stream 2 und Ortsnetz prächtig verdient. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen bezeichnete Schröder als bezahlten Handlanger Putins. Was wir aus diesen Artikeln entnehmen sollten, ist die Tatsache, dass sich die Beziehung zwischen den USA und Europa und ganz besonders Deutschland mehr und mehr verschlechtern wird. Nicht verbessern wird, verschlechtern wird. Die Daily Mail schrieb am 24. Januar, wenn Russland einmarschiert und mit Tausenden von Truppen und Material an der Grenze könnte das jeden Tag passieren, sollte die gesamte westliche politische Klasse ihre Köpfe in Schande senken. Durch Uneinigkeit und gemischte Botschaften haben sie Putin die Gelegenheit gegeben, sein autokratisches Imperium auf Kosten der Ukraine zu erweitern. Die NATO, seit mehr als 70 Jahren Garant des Friedens, ist gespalten, wird untergehen. Meine Anmerkung hier. Deutschland zögert Putin zu widersprechen, weil es Sklave der russischen Energie ist. Absolut richtig. Der französische Präsident Emmanuel Macron untergräbt das Bündnis weiter, indem er es als Hirntod bezeichnet und die Schaffung einer EU-Armee fordert, die in der Tat kommen wird. Unterdessen sagt US-Präsident Joe Biden, dass ein kleiner Übergriff möglicherweise nicht ausreicht, um die extremsten Sanktionen zu rechtfertigen, kann es doch eine offenere Einladung geben. Wenn Europa die Ukraine in Stich lässt, wird Putins gieriges Auge als nächstes auf einen anderen ehemaligen Sowjetstaat fallen. Wir sollten inzwischen gelernt haben, dass es nie funktioniert, Tyrannen zu beschwichtigen, schreibt der Artikel. Und wir wissen natürlich, dass Putin wiederum die Sowjetunion hochleben lassen will. Und die ehemaligen Sowjetstaaten, diese Satelliten, werden letztendlich wieder Teil des russischen Reiches und dann auch der Könige des Ostens werden. Aber die Bibel zeigt uns auch, dass Europa letztendlich zerstört werden wird. Und interessant ist, wie das geschehen wird, durch wen es geschehen wird. Zunächst einmal können wir davon ausgehen, dass es diese asiatischen Mächte sind, die Könige des Ostens. Das wird klar und deutlich in der Bibel beschrieben. Aber wer genau? Nun, die Bibel identifiziert die Großmächte, die hauptsächlich für die Zerstörung Europas verantwortlich sein werden, als die modernen Meder. Die meisten haben nicht allzu viel von den Medern gehört, wissen auch nicht, wo in der Bibel von den Medern die Rede ist. In der Antike lebten die Meder im heutigen Iran. Ursprünglich lehnten sie sich unter assyrische Herrschaft gegen die Assyrer auf, vertrieben sie und zwangen ihre Herrschaft an den Persern auf. Dann griffen sie Nineveh an und stürzten das assyrische Reich. Unter Syrus dem Großen wurden die Meder und die Perser als ein Volk betrachtet. Die Enzyklopädie Britannica weist darauf hin, dass zumindest einige der Meder keine Iraner oder Indogermanen waren, sondern vielleicht mit den zahlreichen Stämmen des Kaukasus in Verbindung standen. Der Historiker Herodot schrieb, dass die Meder begannen sich in ganz Südrussland und der heutigen Ukraine niederzulassen. Er sagte, sie sagen, dass sie eine Kolonie von Medern sind. Plinius schrieb in Natural History, dass die Menschen, die das Land entlang des Flusses Don kolonisierten, behaupten, von den Medern abzustammen. Und so haben wir in Gotteskirche schon seit Langem gelehrt. Und schon lange vor diesem gegenwärtigen Konflikt, dass die modernen Meder unter den russischen, weißrussischen und ukrainischen Völkern zu finden sind, die maßgeblich dazu beitragen werden, die fernöstlichen Nationen dazu zu bringen, Europa zu zerstören. Das bedeutet natürlich, dass Ukraine und Russland sich vereinigen werden, auf welche Weise auch immer das geschehen mag. Und das Bestreben von Europa, das Bestreben von Amerika, das zu verhindern, wird keinen Erfolg haben. Deutschland will es auch nicht unbedingt, sagen wir mal, befürworten. Aber ihr Zögern ist natürlich interessant im Hinblick auf die Tatsache, was die Die Bibel prophezeit, nur die Deutschen wissen natürlich nichts davon. The Associated Press schrieb am 22. Januar, Putin hat wiederholt behauptet, dass Russen und Ukrainer ein Volk sind. Und sagt, dass große Teile des ukrainischen Territoriums historische Teile Russlands sind, die der Ukraine zu Sowjetzeiten willkürlich von kommunistischen Führern zugesprochen wurden. Am 5. Januar schrieb die Welt über ein Militärbündnis zwischen Russland und anderen Ländern. Und diese Länder sind Russland, Armenien, Belarus, Kaschastan, Kyrgyzstan und Tatschikistan. Die haben ein Militärbündnis geschlossen, um sich gegenseitig zu helfen, wenn sie angegriffen werden von anderen Feinden. Die Financial Post schrieb am 26. November. Die westliche Staats- und Regierungschefs werden sich der Tatsache bewusst, dass Wladimir Putin seit 2014, als er die Halbinsel Krim von der Ukraine annektierte, einen Krieg gegen Europa und den Westen führt. Zu den heißen Kriegen gegen europäische Nationalstaaten gehörten Georgien im Jahre 2008 und die Ukraine im Jahre 2014, die beide heute teilweise von russischen Agenten besetzt sind. Putins größte Rückeroberung fand 2020 statt, als Russland die Kontrolle über Belarus übernahm, ohne einen einzigen Schuss abzugeben, nachdem der Diktator des Landes die Wiederwahl verloren hatte, die Ergebnisse gefälscht wurden und es zu Massenprotesten auf den Straßen kam. Der weißrussische Staatschef Alexander Lukaschenko konnte sich nur mit russischer, militärischer und finanzieller Unterstützung an der Macht halten und nimmt nun Befehle aus dem Kreml entgegen. Der Winter steht vor der Tür und hat einen großen Einfluss auf den europäischen Energiemarkt. Die Realität ist, dass Putin ein lang andauerndes Spiel spielt und dieses Jahr die Grenzen ausgetestet hat. Aber er wird seinen Krieg nie beenden und hoffentlich erkennt Europa das und bleibt aufmerksam und wehrhaft. Zurzeit scheint das Europa nicht erkennen zu wollen. Aber es wird die Zeit kommen, wenn europäische Mächte, die sich von Russland und China und anderen fernöstlichen Nationen bedroht fühlen, militärisch reagieren werden und das mit schrecklichen und verheerenden Folgen. Schauen wir uns Daniel Kapitel 11 an. Daniel 11. Und hier ist die Rede von diesem Tier, von dem ich eben sprach. Er wird hier der König des Nordens genannt, die gleiche Persönlichkeit. Daniel 11, angefangen in Vers 41. Da wird von seinem Einmarsch im Nahen Osten zunächst einmal beschrieben, zur Zeit der großen Trübsal. Er wird in das herrliche Land einfallen. Daniel 11, Vers 41. Und viele werden umkommen. Es werden aber seine Hand entrinnen, Edom, Moab und die Hauptleute der Ammonit. Das geht also hier auch unter anderem um die Türkei, um Irak und teilweise Jordanien. Vers 42. Und er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern und Ägypten wird ihm nicht entrinnen, sondern er wird Herr werden über die goldenen und syrdenen Schätze und über alle Kostbarkeiten Ägyptens. Libya und Kushita oder Äthiopien werden ihm folgen müssen. Es werden ihn aber Gerüchte erschrecken, Vers 44 aus Osten und Norden, aus Nordosten, wo diese asiatischen Nationen sind. Und er wird mit großem Grimm ausziehen, um viele zu vertilgen und zu verderben. Er wird also einen Krieg beginnen, aber der weitere Krieg, die Reaktion wird schrecklich sein gegen ihn. Vers 45. Und er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem herrlichen Heiligen Werke. Es geht hier darum, dass er sein Hauptquartier nach Jerusalem verlegen wird. Was wird mit ihm ein Ende nehmen? Und niemand wird ihm helfen. Schauen Sie, die gute Beziehung zwischen Russland und Weißrussland ist bekannt. So dann leben viele Weißrussen in der Ukraine. All diese Länder werden sich zusammentun. Und so zeigt die Bibel, dass das babylonische System der zehn europäischen Nationen unter der Führung des modernen Assyriens oder Deutschlands, das viele Nationen erobert und unterworfen haben wird, seinerseits schließlich durch die modernen Meda besiegt werden wird. Schauen wir uns dies einmal an in Jesaja Kapitel 13. Wir lasen gerade davon, dass sich das moderne Reich des Tieres, auch das babylonische System genannt, gegen Ägypten stellen wird. In Jesaja 13, die Verse 17 bis 19. Siehe, ich will die Meda gegen sie, das babylonische System, das Tier, erwecken, die nicht Silber suchen oder nach Gold fragen, sondern die jungen Männer mit Bogen erschießen und sich der Frucht des Leibes nicht erbarmen und die Kinder nicht schonen. Das ist das Schreckliche, was von diesem babylonischen System, was noch kommen wird, geschehen wird. So soll Babel, das Schönste unter den Königreichen, die herrliche Pracht der Chaldea, zerstört werden von Gott wie Sodom und Gomorra. Wodurch wird es geschehen? Durch die modernen Meda. In den Versen 6, 9 und 13 ist die Rede von dem Tag des Herren. Vers 6 sagt, heule, denn das Herrentag ist nahe, er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Vers 9, siehe, das Herrentag kommt, grausam, voll Grimm und glühendem Zorn, die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. Und auch in Vers 13, darum will ich den Himmel zittern lassen, die Erde soll beben und von ihrer Stätte weichen, durch den Grimm des Herrn Zebaoth am Tage seines glühenden Zornes. Es geht also um eine Zeitspanne des Tages des Herrn, so ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Christi, wenn sich diese Ereignisse zuspitzen werden. Es geht also nicht um die damalige Vernichtung Babylons durch das damalige Medien, es geht um eine zukünftige Vernichtung durch die modernen Meder. Auch in Jesaja 21 und Vers 2 lesen wir, ein schreckliches Gesicht ist mir gezeigt worden. Der Räuber raubt und der Verwüster verwüstet. Elam, Iran, ziehe herauf, Medien belagere. Ich will allem Seufzen ein Ende machen. Und schauen wir uns auch einmal Jeremia Kapitel 51 an. Auch wiederum eine Endzeit-Prophezeiung. Jeremia 51 und zunächst einmal den Vers 11. Ja, schärft nun die Pfeile und füllt die Köcher. Der Herr hat den Mut der Könige von Medien erweckt. Denn seine Gedanken stehen wie der Babel, dass er es verderbe. Denn dies ist die Vergeltung des Herrn, die Vergeltung für seinen Tempel. Es geht hier um einen Tempel, der noch erbaut werden wird in Jerusalem. Ein Tempel, in dem sich der Mann der Sünde setzen wird, in dem er stehen wird, von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Es geht hier um einen buchstäblichen Tempel. Es geht nicht um einen Tempel, der vor 2000 Jahren existiert hat. Denn warum würde Gott das hier im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi erwähnen? Es geht um den kommenden Tempel, der dann verwüstet werden wird. Natürlich auch durch die Gegenwart dieses falschen Propheten, dem Mann der Sünde. In Vers 27 von Jeremia 51 lesen wir dann, »Richtet auf das Banner auf Erden, blast die Posaune und den Völkern, heiligt die Völker, sondert sie aus, zum Kampf gegen die Stadt Babel, ruft wieder sie die Königreiche Ararat, Mini und Aschkenaz, sammelt Kriegsleute gegen sie, bringt Rosse herauf wie Heuschrecken, heiligt die Völker zum Kampf gegen sie, die Könige von Medien, samt ihren Stadthalten und allen Vorstehern und das ganze Land ihrer Herrschaft. Da erbebt und erzittert das Land, wenn die Gedanken des Herrn sich erfüllen wie der Babel, dass er das Land Babel zur Wüste mache. Darin niemand uhnen wird. Europa wird zerstört werden. Deutschland wird zerstört werden. Die Hauptstadt, die moderne Hauptstadt, die damals Nineveh war, wird zerstört werden durch die Meder, die modernen Meder. Es hat den Anschein, als ob Teile der Armeen, der Könige des Ostens, bevor oder während sie in Richtung des Ortes Hermageddon im Nahen Osten vorrücken, zunächst einmal durch Europa fegen werden, um dort verheerende Verwüstung anzurichten. Das ist das, was uns die Bibel zeigt. Also die Beziehung zwischen Russland und Deutschland wird sich sehr verschlechtern. Es wird vielleicht noch zu irgendwelchen friedlichen Abkommen kommen. Auch die Situation mit dieser Nord Stream Pipeline, natürlich sehr zum Nachteil von Deutschland. Die wird möglicherweise bestehen bleiben zunächst einmal. Aber dann wird es zu Gerüchten kommen und Deutschland, das Tier, die europäische Macht, wird sich dann sehr bedroht fühlen. Aufgrund von irgendwelcher Gerüchten, die kommen werden. Und werden dann gegen Russland, gegen die Könige des Ostens zu Felde ziehen. Aber werden dann in einer Reaktion eines sehr gewaltigen nuklearen Krieges vernichtet werden. Und das wird sich dann so auf mehrere Attacken erstrecken. So möchte ich ein wenig jetzt über deutsche Eigenschaften sprechen. Und was ich sage, bedeutet nicht, dass alle Deutschen, die jetzt hier beschrieben werden, auf diese Weise so sind. Das keineswegs. Bekehrte Deutsche schon mal gar nicht. Aber hier geht es um besonders schlechte deutsche Eigenschaften, die wichtig sind zu begreifen. Ich nötig auf die biblische Prophezeiung. Ich zitiere von The Local vom 14. Januar, wo es heißt, das Licht geht an und der Ladenbesitzer kommt zur Tür, schließt sie auf und bellt uns an, dass wir unsere Masken aufsetzen sollen. Impfnachweis, schreit er die erste Person in der Schlange an, bevor er sie, nachdem er ihren Impfnachweis mit der Mine eines in Afghanistan erprobten Sanitäters kontrolliert hat, wiederwillig einlässt und dann der zweiten Person in der Schlange die Tür für die Nase zuschlägt und sie wieder verschließt. Das war das Leben in Deutschland Ende 2021. Und das Leben in Deutschland Anfang 2022 wird noch schlimmer werden. Seit einem gewissen Punkt in dieser Pandemie machen ein paar besonders deutsche Eigenschaften unsere derzeitige Situation unerträglich. Es fühlt sich an wie eine Rückkehr zu den schlimmsten Tagen der deutschen Nachkriegsgastronomie. Als Kaffeebesitzer ihren leitgeprüften Kunden alle möglichen Regeln auferlegten, von denen die berüchtigste draußen nur Kännchen war und zu einem ironischen Schlagwort wurde, eine kleinliche Weigerung einzelne Tassen Kaffee auf Tischen im Freien zu servieren. Vielleicht würde unsere nationale Vorliebe für übertriebene Unterwürfigkeit, heißt es hier, liebevoll als Kadavergehorsam bezeichnet, nicht so sehr stören, wenn nicht eine andere klischeehafte deutsche Eigenschaft so heftig wieder auferstanden wäre, knochentrockene Unhöflichkeit. Es ist so schade, denn selbst in der kurzen Zeit meines Lebens hat Deutschland hier Fortschritte gemacht. Wo es früher üblich war, dass Polizisten Ausweis herknoten, um ihren Ausweis zu sehen und zugbereite den Fahrgästen brüllend Anweisungen gaben, sind ein schrilles Halt, Hände desinfizieren oder ein knappes Maske, mit langem E, also Maske, die neuen Raffrons eines Landes, das wieder einmal auffallend unzufrieden mit sich selbst ist. Auch andere Deutsche regen sich darüber auf, aber wir alle können anscheinend nicht anders, wenn wir die sind, die Autorität ausüben. Und das ist das Problem. Wenn Deutschland Autorität ausübt, das hat sich historisch immer wieder bewiesen, dann sieht es schlecht aus für das Land und dann sieht es schlecht aus für die gesamte Welt. Wie ich sagte, das gilt natürlich nicht für alle Deutsche. Einige sehen schon, was geschieht und sie würden insoweit nicht unter diese Kategorie fallen. Aber ich möchte kurz einmal Hesekiel Kapitel 30 aufschlagen, denn da wird etwas gesagt über diese deutsche Militärmacht, die ja nun Europa anführen wird. Hesekiel 30 und Vers 11. Und wie ich sagte, es geht hier auch jetzt um den Angriff gegen Ägypten, von dem wir eben schon gelesen haben. Er und sein Volk, die Gewalttätigsten unter den Völkern, werden herangebracht werden, um das Land zu verderben und werden ihre Schwerter ziehen gegen Ägypten, dass das Land überall voll erschlagener liegt. Kapitel 31 und Vers 12. Fremde hieben ihn um, wiederum es geht um Ägypten, die Gewalttätigsten unter den Völkern und ließen ihn liegen. Denn auch wiederum in Kapitel 32 und Vers 12. Ich will dein stolzes Volk, Ägypten, fällen durch die Schwerter der Heiden, die allesamt die Gewalttätigsten unter den Völkern sind. Sie werden die Herrlichkeit Ägyptens verheeren und sein stolzes Volk vernichten. Sie mögen damit nicht einverstanden sein, dass Deutschland hier als das Gewalttätigste unter den Völkern bezeichnet wird. Aber historisch gesehen ist das schon richtig. Prophetisch gesehen ist es absolut richtig. Die Bibel sagt es so. Wir müssen uns mit den Fakten abfinden. Jesaja 47 und Vers 6. Jesaja 47 und Vers 6, wo wir lesen. Als ich über mein Volk zornig war, die Nationen von des Hauses Israel und Judah mit Antworten Amerika, Großbritannien, Australien, Kanada, Neuseeland, natürlicher Staat Israel. Als ich über mein Volk zornig war und mein Erbe entheiligte, gab ich sie in deine Hand. Aber du erwiesest ihnen keine Barmherzigkeit. Auch über die Alten machtest du dein Joch allzu schwer. Die Mentalität der deutschen autoritären Herrschaft in der Zukunft wird hier beschrieben. Jeremia Kapitel 6. Jeremia Kapitel 6. Die Verse 22 bis 26. So spricht der Herr. Siehe, es kommt ein Volk von Norden. Und ein großes Volk wird sich erheben vom Ende der Erde. Sie führen Burgen und schwer sind, grausam, ohne Erbarmen. Sie brausen der Hebe in ungestümmes Meer und reiten auf Rossen, gerüstet als Kriegsleute gegen dich, du Tochter Zion. Es geht hier um diese Nationen, die sich in der letzten Wiederauferstehung des Europäischen Reiches gebildet haben. Diese zehn Kernnationen. Die werden gegen Israel, gegen Zion, gegen den Staat, gegen aber auch Amerika und England und so weiter kämpfen. Sie werden hier beschrieben als grausam, ohne Erbarmen. Es heißt hier in Vers 24, wir haben von ihnen gehört und unsere Hände sind uns niedergesunken. Es ist uns Angst und Weh geworden wie einer Gebärenden. Niemand gehe hinaus auf den Acker, niemand gehe über Land, denn es ist Schrecken um und um vor dem Schwert des Feindes. O Tochter meines Volkes, ziehe den Sack an, wälze dich im Staube, trage Leid wie um den einzigen Sohn und Klage bitterlich, denn der Verderber kommt über uns plötzlich. Es wird sehr schnell geschehen. Plötzlich. Sehr, sehr plötzlich. Die meisten Menschen werden keine Ahnung haben, wie schnell es geschehen wird und werden dann überrascht sein, wenn es geschehen wird. Aber schauen Sie, hier wird dieses Volk beschrieben. Aber das Gleiche, was hier über dieses Volk gesagt wird, das also jetzt gegen Israel kämpft, wird auch über die Meder gesagt, die dann gegen dieses Volk der Deutschen, der Österreicher, aber immer da Teil der Zination sein wird. Was da gesagt wird in Jesaja, oder vielmehr in Jeremia, Kapitel 50. Und wenn Sie sich nachher noch einmal das genau anschauen, dann sehen Sie die gleiche Formulierung. Jeremia 50, die Verse 41 bis 43. Siehe, es kommt ein Volk von Norden her, ein großes Volk und viele Könige werden sich aufmachen von den Enden der Erde. Aber jetzt geht es hier um die Könige des Ostens. Und sie führen Bogen und Schwert, sind grausam, ohne Erbarmen, genau das Gleiche. Ihr Geschreis wie das Brausen des Meeres. Sie reiten auf Rossen, gerüstet als Kriegsleute gegen dich, du Tochter Babel. Jetzt geht es um den Angriff der Könige des Ostens gegen das babylonische System. Wenn der König von Babel die Runde von ihnen hört, sinken ihm die Hände. Ihm ist Angst und wehe wie einer Gebärenden. Und dann auch in Kapitel 51 und Vers 6. Kein Wunder, dass Gott hier Folgendes sagt. Flieht aus Babel, rette ein jeder sein Leben, dass ihr nicht untergeht in seiner Schuld. Denn dies ist für den Herrn die Zeit der Rache, um ihm seine Taten zu vergelten. Wie sie grausam gehandelt haben gegenüber ihren Feinden, so wird ihnen grausam vergolten werden. Natürlich, wenn es hier darum geht, dass wir aus Babel fliehen sollen, bedeutet dies, wir sollen uns geistlich gesehen von diesem System distanzieren. Wir sollen da keinen Anteil daran haben, an den schrecklichen Dingen, die durch dieses System erfolgen werden und letztlich jetzt bereits auch schon am Erfolgen sind. Eine weitere Stelle, sehr wichtig, ist Joel Kapitel 2. Schauen wir uns an, wie hier die europäische Armee unter deutscher Führung beschrieben wird. Joel Kapitel 2, angefangen in Vers 3. Vor ihm her geht ein verzehrendes Feuer, hinter ihm eine brennende Flamme. Das Land ist vor ihm wie der Garten Eden, aber nach ihm wie eine Wüste einöde, und niemand wird ihm entgehen. Sie sind gestaltet wie Pferde und rennen wie die Rosse. Sie springen daher über die Höhen der Berge, wie die Wagen rasseln und wie eine Flamme prasselt im Stroh, wie ein mächtiges Volk, das zum Kampf gerüstet ist. Völker entsetzen sich vor ihm, ein jedes Angesicht erbleicht. Sie laufen wie Helden, da steigen die Bauern wie Krieger. Ein jeder geht strax seinen Weg, weicht nicht von seinen Pfaden. Keiner drängt den anderen, sondern ein jeder zieht auf seinem Weg daher. Sie durchbrechen die feindlichen Waffen und dabei reißt ihr Zug nicht ab. Hier wird eine Armee beschrieben, die sehr stark und gut organisiert ist und die in einem Blitzkrieg voranschreitet. Wenn Sie sich einmal auch Berichte durchlesen, vielleicht auch Dokumentationen sehen, wie die deutsche Armee sich dargestellt hat, die waren sehr stark und gut organisiert. Keineswegs so wie die Österreicher oder die Amerikaner oder die Briten oder wer auch immer, die da so hin und her taumelten. Nein, nein, es wird hier klar und deutlich von dieser Militärmacht gesprochen, die sich wieder erheben wird in sehr, sehr baldiger Zukunft. Und so wird es dann zu den Vereinigten Staaten von Europa kommen. Wochenblick schrieb am 12. Dezember, die geplanten und von der neuen deutschen Regierung propagierten Vereinigten Staaten von Europa werden keinesfalls so viele Freiheiten bieten wie die Vereinigten Staaten von Amerika, heißt es hier nun. Selbst die Vereinigten Staaten von Amerika bieten jetzt viel weniger Freiheiten als zuvor. Da werfen sich vielfach diktatorischen Maßnahmen. Berichten zufolge besteht Bundesministerin des Auswärtigen Amtes, Annalena Baerbock, wichtigste Aufgabe darin, ein Format zu schaffen, das Europa nach außen handlungsfähig macht. Wenn es mit der EU und ihren 27 Mitgliedern nicht gehe, soll eine offene Gruppe von Staaten vorangehen. Damit wiederum die Idee des Kerneuropas, eines Europas mit zwei Geschwindigkeiten, ist wieder im Gespräch. Und das wird auch durch einen Artikel von Euraktiv vom 27. Januar gedeckt, wo es heißt, solange ein Land Entscheidungen blockieren kann, werden wir uns immer für den kleinsten gemeinsamen Nenner entscheiden. Die Abschaffung der Einstimmigkeit ist die oberste Priorität in der Außen- und Sicherheitspolitik. Man soll also dann nicht als ein einziges Land die Möglichkeit haben, gewisse Entscheidungen der EU zu verhindern. Und wenn das nicht klappt, dann kann man sich ja zunächst einmal auf gewisse Kernstaaten konzentrieren. The Local schrieb auch am 1. Januar über das Erfolgserlebnis des Euro. Es heißt, der Euro feierte am Samstag den 20. Jahrestag seit der Verwendung der Europäischen Einheitswährung. Die Chefin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, nannte den Euro ein wahres Symbol für die Stärke Europas. Die Euro-Banknoten und Münzen kamen am 1. Januar 2002 in zwölf Ländern in Umlauf und wurden von den Bürgern, die ihre D-Mark, französische France, Gesäten und Lira eintauschen mussten, mit einer Mischung aus Begeisterung und Skepsis begrüßt. Heute wird der Euro von 340 Millionen Menschen in 19 Ländern verwendet. Von Irland über Deutschland bis zur Slowakei, Bulgarien, Kroatien und Rumänien sind die nächsten Länder, die der Eurozone beitreten wollen. Dann heißt es, Euro oder der Euro ist inzwischen die am zweithäufigsten verwendete Währung der Welt. Von der Leyen sagte in einer Videoerklärung, wir sind der größte Akteur im Welthandel und fast die Hälfte dieses Handels findet an Euros statt. In Offenbarung 17 und 18 wird über diese Wirtschaftsmacht des babylonischen Systems klaundeutig berichtet. Und wir haben immer schon gesagt, als der Euro eingeführt wurde, dass der Euro bleiben wird. Der Euro ist nämlich der Leim, der die europäischen Staaten zusammenhält. Es gab da viele, auch sogar in anderen Kirchenorganisationen, die sagten, nein, nein, der Euro ist nur vorübergehend und der wird wieder abgeschafft werden und die Menschen werden wieder zu ihren lokalen, örtlichen Banknoten und Münzen zurückkehren. Wir haben immer gesagt, das ist Blödsinn. Der Euro bleibt. Und der Euro bleibt. Und auch im Jahre 2022 wird sich daran nichts ändern. Aber was auch bleibt, ist die schreckliche Situation. zwischen Großbritannien und Deutschland und man könnte sagen Großbritannien und Europa. Und da heißt es in einem Artikel der Guardian oder West Guardian vom 25. Dezember, Großbritannien und die EU bleiben die besten Feinde. Dann heißt es, das Jahr 2021 war durch ein bemerkenswertes Maß an Gereiztheit in den Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU gekennzeichnet. Die bedauerliche Realität ist, dass 2022 nicht viel Hoffnung auf Besserung bietet. Boris Johnson ist am Ende seiner Kräfte. Und ein großer und lautstarker Flügel der konservativen Partei schäumt vor Wut über das Ausbleiben eines Gewinnes aus dem Brexit. Man kann sich kaum ein ungünstigeres Umfeld vorstellen, um die Beziehungen zu reparieren und vernünftige Gespräche zu führen, heißt es in einem Artikel. Und wie gesagt, die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Kontinentaleuropa werden sich nicht verbessern, sie werden sich verschlechtern. Es wird letztendlich zu diesem prophezeiten Krieg kommen, zu Anfang der großen Trübsal zwischen Kontinentaleuropa und dem Vereinigten Königreich und natürlich auch Amerika. Wie sieht es mit Amerika aus? Fox News schrieb am 17. Januar über Bidens außenpolitische Rückschläge. Und da heißt es hier, der Bereich, in dem Präsidenten die meiste Exekutivgewalt haben, ist die Außenpolitik. Aber ein Jahr nach Beginn seiner Präsidentschaft erhält Biden schlechte Bewertungen für seine außenpolitischen Leistungen. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass Biden nach einem Jahr seiner Präsidentschaft in der Außenpolitik nur 35% Zustimmung findet und 54% lehnen ihn ab. Bidens Umgang mit Afghanistan, heißt es dann, und seine Entscheidung, alle US-Truppen aus dem Land abzuziehen, hat zu einer humanitären Katastrophe geführt. Nur vier Monate nach dem chaotischen Abzug des US-Militärs steht Afghanistan nun am Rande einer Hungersnot und einer kollaborierenden Wirtschaft. NATO-Verbündete, die geglaubt hatten, Biden würde sich mit ihnen beraten, wurden von dem plötzlichen einseitigen amerikanischen Abzug aber rumpelt, wodurch die Beziehungen in den Golfregionen besonders angespannt wurden, da diese Länder sich fragen, ob die USA ein zuverlässiger Verbündeter sind. Und Europäer fragen sich das auch. Interessant. Auf der einen Seite sagen die Amerikaner, Deutschland ist kein zuverlässiger Verbündeter. Und jetzt sagen Europäer und Deutsche, Amerika ist kein zuverlässiger Verbündeter. Und so hat Biden in so gut wie jeder außenpolitischen Situation versagt. Und es wird nur noch schlimmer werden im Jahre 2022 und danach. Innenpolitisch ist seine Bilanz auch nicht besser geworden. Nach einer neuen Umfrage sind 69% der Amerikaner der Überzeugung, dass Biden mit dem Umgang der Inflation versagt hat. Und dann gibt es eine weitere interessante Entwicklung, auf die ich hier kurz zu sprechen kommen möchte. Und das geht um den dritten Tempel, auf den ich ja eingangs schon etwas gesagt habe. Da heißt es in Israel 365 vom 2. Dezember. US-Präsident Joe Biden hat am Mittwoch im Weißen Haus die jährliche Zeremonie zum Anzünden der Menorah in der vierten Nacht des Hanukkah-Festes abgehalten. In seiner Rede bezog sich Biden auf die Geschichte von Hanukkah und der Zerstörung des zweiten Tempels. Später in seiner Rede schien der US-Präsident optimistisch zu sein, dass der dritte Tempel wieder aufgebaut wird. Trump hatte das gewollt. Bei Biden war das zur Zeit überhaupt nicht klar, aber hier interessant, was er sagte. Ob im Tempel von Jerusalem oder in einem Tempel unserer Demokratie, nichts, was zerbrochen oder entweiht wurde, ist nicht zu reparieren. Nichts. Wir können immer wieder besser aufbauen oder vielleicht sogar wieder strahlender aufbauen, sagte er. Man weiß bei Biden natürlich nie, wie ernst es ihm ist, wenn er Reden vorträgt, die für ihn formuliert worden sind. Ob diese Aussagen zufällig sind, ob sie beabsichtigt sind. Aber interessant ist es schon. Und die Bibel sagt, dass es einen dritten Tempel geben wird. Wir haben eine auf Posten stehen Sendung veröffentlicht, ein falscher Messias im Tempel Gottes, Fragezeichen. Die sollten Sie auf alle Fälle nochmal ansehen oder ansehen, wenn Sie sie noch nicht gesehen haben. In Jesaja Kapitel 66, da lesen wir wiederum eine Andeutung im Hinblick auf den Bau des dritten Tempels. Es gibt da viele, viele Stellen, die das beweisen. Aber in Jesaja 66, angefangen in Vers 6, da lesen wir folgendes. Horch, Lärm aus der Stadt, horch vom Tempel her. Horch, der Herr, vergilt, sind Feinde. Es geht hier um die Wiederkunft Jesu Christi. Es heißt in Vers 7, Ehe sie wehen bekommt, hat sie geboren. Ehe sie in Kindsnöte kommt, hat sie einen Knaben geboren. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? War er ein Land an einem Tag geboren, ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen. Kaum ihn wehen, hat Sion schon ihre Kinder geboren. Sollte ich das Kind den Mutterschoß durchbrechen und nicht auch geboren werden lassen? Spricht der Herr. Sollte ich dir gebären lässt, den Schoß verschließen? Spricht dein Gott. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr so lieb habt. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Schauen Sie, es geht hier um die Wiederkunft Christi. Es geht um den Zeitpunkt, wenn die wahren Christen in einem Augenblick, im Zeitpunkt der letzten Bosaune, verwandelt werden zu Geistwesen, zu Gottwesen. Und zwar, kaum haben die Wehen begonnen, heißt es hier, wird das geschehen. Die Wehen werden beginnen. Das heißt hier am Anfang, ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren. Es geht hier um das letzte Stadium der Wehen. Wir hatten ja gesehen, dass natürlich die Wehen einsetzen. Wir leben jetzt schon, wie ich meine, zu Beginn der Wehen. Aber es wird dann sehr schnell gehen. Aber hier wird eine Anspielung gemacht auf den Tempel, wiederum auf den Tempel, nicht dem Tempel vor 2000 Jahren, sondern den Tempel, der noch kommen wird. Und Gott wird das gar nicht gnädig ansehen, dass der Tempel dann verschmutzt und auf schlimmste Weise verunreinigt werden wird, durch zum Beispiel auch den falschen Propheten, der sich dort niederlassen wird. Und da gibt es noch eine weitere interessante Entwicklung, auf die ich zum Abschluss noch zu sprechen kommen möchte. Und zwar geht es um Kontaktaufnahme mit Außerirdischen. Ja, Sie haben richtig gehört. Newsmax schrieb am 26. Dezember, Berichten zufolge stellt die NASA zwei Dutzend Theologen ein, die an einem Programm der Princeton University teilnehmen sollen, um zu untersuchen, wie die Menschen reagieren werden, wenn außerirdisches Leben auf anderen Planeten gefunden wird und wie sich dies auf die Vorstellungen von Schöpfung und Gott auswirken würde. Im Jahr 2008 sagte der oberste Astronom des Vatikans, dass es keinen Konflikt zwischen dem Glauben an Gott und der Möglichkeit von außerirdischen Brüdern gibt, die vielleicht weiter entwickelt sind als die Menschen. Und der Leiter des Vatikanischen Observatoriums sagte letzte Woche, wie können wir ausschließen, dass sich das Leben anderswo entwickelt hat und erklärte, dass die große Anzahl von Galaxien mit eigenen Planeten dies möglich gemacht hat. Haben Sie das mitbekommen, worum es geht? Es geht hier um die Idee der Evolutionslehre, dieses blasphemische, gottlose Märchen. Natürlich, wenn man daran glaubt, dann ist alles möglich. Alles dies hat aber auch die falsche Vorstellung aufrecht, dass es außerirdisch auf anderen Planeten gibt, wobei man verkennt, dass UFO-Sichtungen nicht die Existenz von Außerirdischen beweisen, sondern dass sie vielleicht betrügerisch sind, dass sie vielleicht Einbildungen sind, vielleicht, dass sie natürliche Phänomene sind, oder aber, am wahrscheinlichsten, dass sie Teil von Satans Versuchen sind, die Menschheit in Vorbereitung auf seinen Kampf gegen den wiederkehrenden, in Anführungszeichen, Außerirdischen Jesus Christus zu täuschen. Darauf kommt es ja an. Er wird den Menschen einreden, Christus, wenn er zurückkommt, auf einem weißen Pferd reiten und die Armeen des Himmels werden ihm folgen, das sind jetzt die Außerirdischen, die kommen, um uns zu vernichten. Die müssen wir jetzt bekämpfen. The Guardian schrieb am 26. Dezember. Von mysteriösen Scheiben bis hin zu seltsamen Bildern, die auf Überwachungskameras zu sehen sind, unerklärliche Sichtungen haben in Nordirland im vergangenen Jahr wieder zugenommen. UFO-Sichtungsberichte umfassen unidentifizierte Flugobjekte oder UFOs, Luftphänomene, unidentifizierte Luftphänomene, Lichter am Himmel sowie Aliens und Außerirdische. Und so können wir davon ausgehen, dass im Jahre 2022 und danach immer mehr Sichtungen, Begegnungen, Erfahrungen erfolgen werden, alles dies natürlich in Anführungszeichen, da wir uns der Zeit der großen Trübsal und der Wiederkunft Christi nähern. Und bereits schon vor Beginn der großen Trübsal finden wir eine interessante Anmerkung in Lukas Kapitel 21. In Lukas 21 und in Vers 11 es werden geschehen große Erdbeben und hier und dort Hungersnöte und Seuchen auch werden Schrecknisse und vom Himmel her große Zeichen geschehen. Oder wie es zum Beispiel die Lutherbitte 2009 bringt und es werden schreckliche Dinge und große Zeichen vom Himmel geschehen. Und dann kommt die große Trübsal die dann in Vers 12 beschrieben wird und dann kommt in Vers 25 kommen die himmlischen Zeichen die also der großen Trübsal zunächst einmal folgen. Wenn die große Trübsal begonnen hat es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und so weiter und so fort. Aber was wir gerade gelesen haben in Vers 11 scheint anzudeuten dass es vorher auch bereits schon merkwürdige Dinge gibt und solche UFO-Sichtungen können mit Sicherheit dazu gezählt werden. Also auch hier kann man davon ausgehen dass wir mehr und mehr von diesen Dingen hören werden. Die Quintessenz des Ganzen ist lassen sie sich nicht verführen. Denken sie an die Wahrheit denken sie daran was Christus und was Gott der Vater uns in seinem Wort der Bibel zeigt. Und wenn das bei ihnen Hand und Fuß hat wenn sie das begreifen wenn das Teil ihres Lebens ist dann können sie auch in großer Hoffnung auf die Zukunft blicken denn sie wissen Gott ist mit ihnen Gott wird sie bewahren Gott wird sie beschützen Gott wird nicht zulassen dass ihnen irgendetwas geschieht was zu schwierig wäre für sie dass sie es nicht erdulden könnten und ertragen könnten. Aber 2022 wird in keinster Weise ein sehr angenehmes Jahr sein. Wie ich sagte wir können darum beten dass vielleicht der Wahnsinn dieser Restriktion aufhört oder zumindest unterbrochen wird sodass wir auch das Laubhüttenfest 2022 halten können wie es uns von Gott vorgeschrieben ist. Gott kann das tun auch wenn die Menschen sich jetzt in Rebellion befinden gegenüber Gott in einer Weise wie das vielleicht zuvor noch nie in diesem Maße der Fall gewesen ist. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Und so bedanke ich mich für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Und so bedanke ich mich